Falls wer ein bisschen auf Hardcore steht, wir haben ja die Wurzeln eigentlich ursprünglich im Hardcore. Ein bisschen Punk und ein bisschen Grunge und Deutschrock. Und eigentlich ist man doch wieder Grind geworden. Don't forget your roots. Don't forget your roots. gucken. Dann durchgehen. Once die WITHIN Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020